Wohin soll diesmal die Reise gehen? Gotland ist uns zu weit. Bornholm waren wir schon. Wir sind ganz schön in der Ostsee herumgekommen. Es soll ja auch etwas Interessantes sein. Was tun nun vier Senioren und ein Küken, wenn die Zeit des Törens sich wieder nähert? Im Internet was suchen? Eine andere Crew um Rat fragen? Da fällt einem eine Zeitung in die Hand. Rügen. Rundrügen. Das ist die Lösung. Das können wir machen. Dort soll es ja sehr schön sein. Lauterbach wäre der Ausgangshafen. Auf einer Bavaria 36 mit dem Namen Luna heuern vier Erkraute und ein Küken an. Es sind Peter als Skipper, Wolfgang als Bootsmann, Hans-Georg Schatzhüter, Christian, unsere Kaltmamsel und Thilo, unser Küken oder der Mann für alle Fälle. Die erkraute Mannschaft der Bavaria übernimmt die Jacht für den diesjährigen Törn rund um Rü. Und diese 28 Minuten könnt ihr später sehen. Ab Mai im Freilichtkino. Toldmann, Wolfgang, der Buettbeint war uncomferenzierter Ahnung. А'. Hier raus der ganze Tage. dיהks. Die Hüissem II. ably im weitermich…… die GenteVac. Die Ü sincersteh erster, L будет. Sie können sich vorstellen, wer im Ofiert. TierärkΣ. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.